Hey Donat und YouTube neuer Podcast und zwar geht es um Liebe und um Sex. Wie komme ich drauf? Zwei Gründe. Thema im Stream vor nicht allzu langer Zeit und wenn ich die YouTube Startseite aufrufe, ist jedes bekannte YouTube Video ohnehin mittlerweile wie eine Viagra-Werbung. Also habe ich gedacht, da haue ich auch das Wort Sex rein. Zuerst aber zum Sponsor und zwar, upsie, ich habe keinen Sponsor. So, dann mache ich mal Werbung nur für mich. Ihr könnt mich unterstützen, indem ihr die ganzen Links in der Beschreibung klickt, mir auf Facebook und Twitter folgt und dort irgendwelche Sachen retweetet oder so, wenn ich ein Video poste oder für die Livestreams. Wenn ihr Videos bewertet, wenn ich sie hochlade und wenn ich sie nicht hochgeladen hätte, könnt ihr sie auch nicht bewerten. Hallo. Oder zum Beispiel bei Amazon, wenn man die Ref-Links anklicken, Amazon-Link klicken, das Lesezeichen setzen und so. Und wenn ihr bei Amazon irgendwas einkauft, über diesen Link machen zum Beispiel. Es sind keine Mehrkosten für euch, wenn ihr nicht kriegt eine Provision zum Beispiel. Und Kleinvieh macht immer auch Mist und wenn ganz viele das machen, kommt ganz viel Mist zusammen. Wenn man auch einen Schritt weiter gehen will, kann man auch auf Twitch subscriben. Man kann das auch so sehen wie Patreon. Ich kann das einfach nicht aussprechen, das kennt ihr doch. Spend-Link ist auch auf Twitch. Aber das muss alles nicht sein. Das sind die Dinge, die ihr machen könnt, wenn ihr es habt. Ansonsten die Ref-Links, die Amazon-Videos bewerten und so weiter oder retweeten. Die Sache Facebook und Twitter folgen. Hilft mir ziemlich sehr. Hilft mir ziemlich sehr. Es ist früh, okay, für mich. Aber ich habe eine Cappuccino bei mir. Ja, wie gesagt, wer das möchte, bin ich sehr dankbar, so wie in letzter Zeit auch. Viele haben es ja noch nicht ganz verstanden, aber diese ganzen Streams und der Support auf Twitch unterstützt auch diesen YouTube-Kanal natürlich. Deswegen sehe ich das als eines an. Das sollten einige nicht vergessen, die nicht amused sind, wenn ich auf Twitch unterwegs bin. Aber so ist das Leben. Ich entschuldige mich auch nicht dafür oder ich erkläre es auch nicht. Ich habe nur meinen Stand der Dinge. Ja, so ist es halt. Also, das war genug Werbung für mich. Dankeschön. Ein Quantum Pro. Bester Sponsor überhaupt. Total sympathisch, ganz nett. Also, wir haben über Sex und Liebe gesprochen. Wupsi. Mein Jesus Christ. Immer lehne ich mich an an dem Stuhl. Der ist ja auch mittlerweile kaputt. Haut sie mich immer vom Sessel. Jesus Christ. Könnt ihr mir einen guten Stuhl empfehlen? Wie der Mosei. Sex und Liebe. Warum muss ich das so betonen? Ich weiß es nicht. Ich werde ja jetzt aufgezogen, weil ich werde auch hier die Bonobos erwähnen. Menschen, warum ich aufgezogen worden bin im Stream, weiß ich nicht genau. Es scheint haben die Leute was gegen Affen. Ich meine, ich kann es verstehen, wenn man es gegen Schimpansen hat, aber ein Bonobo ist die gute Variante. Dann sind wir uns sehr ähnlich. Also, genauso ähnlich wie die Schimpansen. Lass uns aber jetzt nicht von den Affen reden, sondern von uns Affen. Na gut, ich habe da ein paar Beispiele gebracht. Ich habe wieder mal gesagt, wieder mal hier Vergleiche gezogen von ganz, 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 ganz früher, wo wir halt herumgewandert sind und man hat sich auch die Frauen geteilt, wo halt alles ein bisschen mehr eine offene Beziehung war. Also sagen wir vor 10.000 Jahren, vor 15.000 Jahren so. Ja, 15.000 Jahre. Und, also wenn halt eine Frau ein Kind bekommen hat, hat halt sich jeder um das Kind gekümmert, etc. Und da war halt zwecks Eifersucht und so weiter, war halt nicht so gang und gäbe. Also, wahrscheinlich schon, aber so genau kann man es ja nicht wissen. Auf jeden Fall war es ein bisschen offener und ich sage nicht, dass das oft offenes oder offene Beziehungen besser sind. Das auf gar keinen Fall. Jeder soll das machen, wie er will. Ich habe auch, wenn ich in einer Beziehung bin, habe ich auch keine Lust, dass jemand, dass die Leute auf meiner Frau, auf meiner Freundin herumspringen wie auf dem Trampolin. Okay, also das will ich auch gesagt haben. Das muss nicht sein. Aber ich glaube, es gibt uns ein besseres Verständnis, wenn wir das alles geschichtlich sehen. Man kann es natürlich auch wissenschaftlich alles sehen. Ja, die Liebe ist dafür, dafür, für die Bindung, dass wir dann Babys in die Welt setzen und Fortpflanzung und, er weiß schon, all die biologischen Sagen, die lasse ich jetzt aber außer acht, weil die interessieren niemanden. Ich finde, Liebe ist wirklich das Beste oder das Interessanteste oder das, was das Leben dann noch wirklich ziemlich lebenswert macht. Egal, welche Art von Liebe das ist, ob jetzt die Liebe zu einem Menschen oder die Liebe zum Partner ist oder die Liebe zur Natur oder die Liebe zur Einsamkeit. Ich weiß nicht, ob es sowas nicht gibt. Aber die Liebe, die Liebe, das Leben zu lieben oder die Liebe, in so einer Blockhütte am See zu sitzen. Kaum jemand von uns hat eine Blockhütte am See, deswegen müssen wir uns was anderes lieben. Vielleicht die Briefmarkensammlung oder die Eisenbahn, im Keller, whatever. Das ist das, was uns im Leben erhält. Ich habe vor mir gerade die Wikipedia-Seite von einem Bonobos offen. Oh Mann, ich muss die ganze Zeit... Okay, bringen wir es hinter uns mit den Affen, oder? Warum die Affen überhaupt? Nun, es gibt ja die Schimpansen, die uns hier am ähnlichsten sehen, dann gibt es die Bonobos. Und die Schimpansen sind ja eher so ein bisschen aggressiver. Und die Bonobos sind diejenigen, die genauso gerne rammen wie wir. Zum Beispiel... Also das ist noch ein Beispiel, wie ich meinte, vor 15.000 Jahren oder so. Da hatten die Leute auch mehrere Partner und so weiter. Und wenn wir es heute noch betrachten, wir können ja auch verschiedene Stämme und Dörfer in irgendwelchen Ländern ansehen, wie die leben. Also was ich damit sagen will, ist ja nicht, dass die eine monogame Form die richtige ist, sondern es gibt viele. Jeder kann sich ja darauf einigen. Nur die Sache ist eben die, warum sind wir, wie wir sind und warum. Oder wie können wir uns besser vorbereiten, wenn wir plötzlich eine Beziehungsaus haben oder so. Die Bonobos machen das ja, Sozialverhalten, wartet mal hier. Die leben in Großgruppen von 40 bis 120 Individuen. Ja, so circa, wie man das annimmt, wie wir Menschen vor 15.000 Jahren oder länger oder whatever. Keine Ahnung, bin ich Wissenschaftler? Hey, mein Wissen ist von irgendwo habe ich irgendwas mal gelesen, irgendwo was gehört, bla bla bla. Also, ich habe keine Ahnung, ob ich recht habe mit allem, was ich sage. Das interessiert ja auch niemanden. Es geht nicht ums Recht haben, sondern darüber, was man denkt. Ich meine, na gut, wenn ich jetzt ein Wissenschaftler wäre und ich würde nur Mist erzählen, wäre das natürlich nicht ganz so gut. Aber da ich keiner bin, kann ich erzählen, was ich will. Das ist mein Podcast, meine Gedanken. I don't care. Okay, Weibchen und auch die Männchen in einer Gruppe etablieren ihre Rangordnung. Bei der Aggressionskontrolle kommt sexuellen Interaktionen eine wichtige Rolle zu. Hm. Es gibt sogar Berichte über ein ausgesprochen aggressives Verhalten der Weibchen gegenüber einem Männchen. Hm, wie bei einem Menschen. Sorry. Das ist nicht wahr. Das war nur ein wegen bösen Frauen. Ein Witz. Okay, keine Witze. Okay, das war sexistisch. Oh, es tut mir leid. Generell sind die Beziehungen zwischen den Weibchen einer Gruppe viel enger als die zwischen den Männchen. Ha. Ich habe kein Wort gesagt, YouTube. Die Männchen hingegen haben wenig Zusammenhalt untereinander. Okay. Überhaupt halten die Männchen zeitlebens einen engen Kontakt mit ihrer Mutter aufrecht? Okay. Sexuelle Interaktion. Oh, yes. Kommen wir zum wichtigen Thema. Die Interaktionen zwischen den einzelnen Gruppenmitgliedern sind meist friedlicher als bei anderen Primaten und beinhalten häufig Sexualverhalten. Dies dürfte der Reduktion von Spannungen dienen und wird unabhängig von Alter, Geschlecht und Rangstufe ausgeübt. Hm. Autos gewähren sexuelle Kontakte zum Nahrungsaustausch ist vorbereitet, vorbereitet, verbreitet. Also, willst du die Banane? Dann, ne? Bonobos praktizieren eine Vielfalt zwischen Sexualkontakten. Ähm. Sind auch die einzigen, die sich ins Gesicht sehen. Liebe Menschen dabei. Ähm. Es gibt sogar auch Ralfverkehr. Jesus Christ. Okay. Zungenküsse. Äh. Dieses Verhalten dürfte der Versöhnung und der Regulierung von Spannungen dienen. Die machen das aus Entspannungszwecken. So wie wir es machen, weil es uns zusammenbindet. Und auch für die Entspannung. Ist ja nicht schlecht, oder? Ich meine, jeder entspannt sich mal gerne. Aber, ja. Ist vielleicht nicht der beste Goat, den man sagt. Also, naja, eigentlich. Doch ich möchte mich eben ein bisschen entspannen. Wenn du verstehst, was ich meine. Ja, dann wird's ein Marathon. Drei Stunden lang ist. Und du schwitzt, du keuchst und fix fertig. Und dann musst du Bondage machen. Und dann musst du erst die Knoten lernen. Dann musst du erst ins Seminar gehen, wie das Ganze funktioniert. Zehn Jahre lang jeden Knoten. Du könntest eigentlich in den See stechen. Und dann sagen, ey, was ist... Kennst du überhaupt diesen Seemannsknoten? Na, fuck you. Ich hab ne Bondage-Beziehung hinter mir. Eingestellt. Wieder machst du das an. Ich hab keine Erfahrung mit Bondage. Ich will's auch nicht. Ist mir zu kompliziert. Mir ist schon der normale Sex zu kompliziert. Also. Bonobos, dass ihre sexuelle Tätigkeit eher beiläufig und entspannt ist. Sie scheint ein vollständig natürlicher Teil ihres Gruppenlebens zu sein. Wie Menschen üben Bonobos die Sexualität nur gelegentlich. Sehe ich nicht ununterbrochen aus. Oh, da kenne ich aber andere, du. Außerdem ist ein sexueller Kontakt bei einer durchschnittlichen Koopulationsdauer von 13 Sekunden eine nach menschlichen Standards ziemlich schnelle Angelegenheit. Gut, die kennen mich nicht, aber hey. Wie dem auch sei. Wie dem auch sei. sind uns ziemlich ähnlich. Und auch bei uns ist es halt Sex. Eine Art der Entspannung. Eine Art, sich miteinander zu binden. Ein intimes Verhältnis. Obwohl. Ja gut, es ist schon intim. Aber ich finde, es gibt intimere Sachen, oder? Jetzt mal. Nehmen wir an, du hast eine. Eine Entzündung im Hintern. Okay? Ja, nehmen wir doch nur mal an, YouTube. Irgendwas müssen wir annehmen. Ich habe keine Ahnung, was es da für Entzündungen gibt. Du hast eine Entzündung im Hintern. Und er sagt, Schatz. Wahrscheinlich sagt man das so. Mir tut der Hintern ziemlich weh. Und sie sagt, oder er sagt. Ich muss aus meiner Sicht sprechen. Es ist einfach, okay? Also wenn ich jetzt nur sie sage, können sich ja die Damen hier vorstellen, dass es er sagt und so weiter ist. Was ist los? Hier, kannst du mal nachsehen. Und ich meine, er ist etwas intimer als generell ein sexueller Akt, oder? Für, also ich bin mir nicht sicher. Aber mir geht es so schlecht, könntest du meine Kotze aufwischen. Und das ist ein ziemlich harter Akt. Im Gegensatz zum anderen Akt. Für Deiwe. Oder jemanden über seine Ängste informieren. ist auch ziemlich hart. Seine Schwächen zugeben. Also intimer. Ich meine, du würdest nie zu einem Fremden hingehen und sagen, hey, hey, ich hab Angst von der anderen. Hey, morgen muss ich zu einem Vorstellungsgespräch. Ich hab so viel Angst davon, ob ich diesen Job bekomme. Meine Qualifikationen sind mies, und so weiter. Meine Aussichten sind mies, oder was weiß ich. Vielleicht würdest du das machen in einer Bar, wenn du genügend getrunken hast. Oder du würdest nicht zum Fremden hingehen und sagen, entschuldige, diese Entzündung in meinem Hintern sieht dir ekelhaft aus. Oder so. Aber du würdest mit dem Fremden nach ein paar Drinks nach Hause gehen und mit dem was nehmen wir die Poppen? Poppen ist nett. Okay, Poppen. Würdest du machen? Also die meisten würden das machen. Ich sage nicht, dass ihr alle das macht. Ich sage nicht, dass ihr alle Swingerclub-Besucher seid und so weiter. Ich sage nur, dass die Chancen für den One-Night-Stand sind höher, als wenn ihr sagen würdet, hey, entschuldige, aber diese Entzündung ist nicht gut, oder? Kannst du das mal ansehen? Weil das etwas Intimeres ist. Als Beispiel. Ich bin mir nicht sicher, ob dieses Beispiel funktioniert, aber ihr wisst hoffentlich, worauf ich hinaus will. Nicht auf Entzündungen im Hinterteil, sondern, ich bin kein Arzt, auf generell, wie intim das ist. In schlechten Zeiten beistehen ist auch ein innigeres Gefühl oder ein innigeres Gefühl, ein mächtigeres Gefühl als Sexakt. Ich meine, nehmen wir an, was bleibt denn übrig bei einer Beziehung? Was bleibt denn übrig? Du kannst es zwei Dinge sehen, oder? Ihr versteht euch? So halbwegs, aber der Sex ist mies. Okay, das bringt nichts. So halbwegs verstehen bringt nichts. Sagen wir, ihr seid wirklich auf einer Wende lege. Aber der Sex ist mies. Ja, jetzt gibt es natürlich ein Problem. Sexualität ist ein ziemlicher Bestandteil. Ja, und jetzt die Frage ist zum Beispiel, wenn ihr eine Beziehung aus hattet und ihr denkt zurück. Das Problem ist sowieso, wenn eine Beziehung beendet ist und so weiter, wenn man zurückdenkt, das ist auch ein Ding, dann gibt es sowieso die rosa-rote Brille, oder? Also für denjenigen, der verlassen worden ist, weil der hat ihn auch immer geliebt. Die andere Person war ja schon hinweg, aber er macht schon Halligalli. Und du bist noch hier und denkst zurück und die rosa-rote Brille kommt und das war gut und das war gut. Wenn du es dann nüchterner betrachtest nach einer Zeit, eigentlich, aber was denkst du zurück? Denkst du, wenn du dann zurückdenkst an, holy shit, aber da hat sie mir so richtig, richtig besorgt. Oder denkst du zurück an, die Person war eigentlich immer da, wenn ich sie gebraucht habe. Ich konnte sie anrufen jederzeit, konnte sie in der Nacht aufwecken, sie hat mich in der Nacht zugedeckt, gefroren habe, schlecht geschlafen. Sie hat mir kleine Geschenke mit nach Hause gebracht, ich rede jetzt nicht von großen Dingen, sondern sie hat gesagt, hier, als ich das gesehen habe, habe ich dabei an dich gedacht und ich musste es dir mitbringen. Das sind gute Sachen, okay? Da wirst du oh, 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 ich habe eine gute Frau oder einen guten Mann, whatever. Wenn es sonst nichts gab, aber hey, der Sex war super, da wird eine Beziehung auch nicht lange funktionieren. Wenn sonst nichts da ist, irgendwann wird es traurig, irgendwann wird es traurig oder man streitet dann nur. Sex ist nicht das Wichtigste. Oder sage ich als Mann. Ich sage nicht, dass man ohne Sex total untötig ist. Absolut nicht. sehe ich wie ein Bonobo, muss ich sagen. Entspannungszwecke und alles mögliche. Absolut sofort, jederzeit, jeden Tag, mindestens. Einmal, aber es muss mehr dahinter sein. Es muss mehr in einer Beziehung sein. Außerdem ansonsten, ja, was eben, aber darauf will ich genau, dass diese rosarote Brille vielleicht nicht mehr ganz rosarote ist. Und wenn man zurückdenkt, hm, gut, so viel war da jetzt eh nicht. Ich meine, wir hatten einen guten Sex und wir haben es überall getan und und sonst war die Person wirklich da und so und wir hatten großartigen Sex. Ah, okay. Gut. Dann kannst du sonst nicht haben oder so. Ja, aber ich hab's hergeliebt. Okay. Sex mit Liebe finde ich auch besser. Muss ich zugeben. Muss ich zugeben. Ich meine, das Ergebnis ist ja ziemlich dasselbe. Zum Schluss. Also ich möchte hier, für all diejenigen, die noch keinen Sex hatten, möchte ich nicht spoilern. Ich will das Ende nicht spoilern. Aber das Ergebnis ist das gleiche, okay. im Prinzip ist das Ergebnis das gleiche. Aber ja, wie gesagt, das ist alles nur für die als Hilfestellung für die rosarote Brille und um Beziehungsende schneller abzuschließen. Weil ich meine, das Ding ist ja, und ich sage, daran wird sich nie über sein, das Ende ist immer die Hölle. Da wird sich nie über sein. Da kannst du, glaube ich, noch so viele Erfahrungen sammeln oder so, aber das kommt immer, boom. Also vor allem, wenn du verlassen wirst natürlich. Aber die Person, die die Entscheidung getroffen hat, ist ja schon einen Schritt weiter oder mehrere Schritte weiter. Aber wenn du noch dran bist, auf der Person, also nicht auf der Person, obwohl wir hier von Sex reden, aber wenn du noch Liebe in der spürst und so. Okay, 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 nehmen wir das Beispiel, nehmen wir das Beispiel. Du bist zu Hause, bereitest alles vor, du weißt, okay, sie kommt. Sie kommt gleich von der Arbeit nach Hause oder whatever. aber, okay, hier mache ich es noch gemütlich, hier ein paar Rosenblätter aufs Bett. Ich habe keine Ahnung, wer heutzutage wirklich sowas macht mit Rosenblättern, das ist nur ein Beispiel. Hier, ich habe Lieblings Champagner gekauft, keine Ahnung, alles nur Beispiele, okay, magelt mich nicht fest. Jesus Christ. So viele zweiteutige Witze, die ihr machen könnt in diesem Podcast, wie auch immer. Okay, und, und, er hat den Türschlüssel. Ja, das war das, war das Geräusch eines Türschlüssels, okay, was bin ich? Michael Winslow? Nee, also, ich hoffe, er hieß so, Police Academy. Okay, also, mach den Türschlüssel. Aha, du bist wieder hier. Wie sagt, ja, und, mh, klang schon, klang nicht so begeisternd, aber gut, man denkt sich nichts, man hat keine Ahnung, man ist total, äh, gut drauf, man hat alles vorbereitet für den romantischen Abend. Ihr seid noch, pff, in der Küche, und plötzlich hört ihr, ihr hört aus dem Gang, folgenden Satz. auch der Satz des Todes oder die Apokalypse. ich muss mit dir reden. Ihr zuckt zusammen. Nein, 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 wir haben uns geirrt, oder? Nein, das hat sie nicht gesagt. Hat sie das gesagt? nicht diesen Satz. Warum dieser Satz? Ich habe dich nicht verstanden. Wie bitte? Wir müssen reden. Man kann das auch, man kann das auch sagen. Ich muss mit dir reden, ich muss mit dir etwas bereden. Normalerweise kommt man nach Hause und blabbert drauf los. Aber mit dieser Vorwarnung, dieses Todessatzes, oder Satz ist. Wir müssen reden? Warum? Was? Wieso? Ich will nicht. Du willst nicht mit mir reden? Ich meine... Oh, shit. Und... Nun gut, okay, dann sagen wir... Und der Pater macht Schluss? Aus welchen Gründen auch immer. Gibt dir tausend Gründen? so viele gibt es auch nicht. Man hat jemanden anderen gefunden, man ist verliebt. Also, das ist etwas für längere Beziehungen, wahrscheinlich, dieses Verliebtsein. Man jagt ja auch immer diesem Verliebtsein nach. Irgendwann, und das ist nun mal Tatsache, vergehen die Schmetterlinge im Bauch, wie am Anfang, okay? Und dann kehrt diese Liebe ein. Oder das Gefühl des Vertrauens, der Partnerschaft. Gibt aber... Und dann, wenn du halt plötzlich jemanden neuen kennenlernst und du fühlst dich mit dieser Schmetterlinge, ja? Denkst du, das ist, ja, dass die andere Liebe vielleicht weg ist, oder so? Keine Ahnung, ist nur eine Art Erklärung, so wie ich das sehe. Aber gut. Ja. Und dann wird halt geredet. Und das ist ein Kampf, den du nicht mehr gewinnen kannst. Wenn eine Frau auch sagt, ähm, ja, eine Frau, ich geh halt immer von meinem Standpunkt heraus an, meiner Partner, ich muss mal sagen, wenn der Partner halt sagt, da ist keine Liebe mehr, ist vorbei. Vorbei. Der Kampf ist verloren. Das ist, als würdest du nochmal in den Ring steigen wollen, um sie kämpfen, und dein Gegner ist Mike Tyson. Okay, und du hast noch nie in deinem Leben geboxt. Und selbst wenn, das ist völlig unerheblich, du bist kein Profiboxer. Steigst in den Ring, gegen fucking Mike Tyson. Keine Chance. Das harmlose, was passieren kann, ist, er knabbert dir ein Ohr ab, aber ansonsten, das ist ein Fight, den kannst du nicht gewinnen. Es ist vorbei. Ne, zack, boom, aus, Ende. No way. Sofort Jesus Christ Zessel. Sofort akzeptieren. In die, ähm, Fötus, Fötus, Baby, die Position gehen, hinlegen, den Daumen in den Mund stecken, und, das Ganze über sich ergehen lassen. Und ich weiß, was in dem Moment passiert. Das Feuer setzt ein, Rauchschwaden, der Teufel, rennt an dir vorbei, lacht dich an, er weiß, okay, der Typ, der Typ ist am Ende, das ist genau mein Stil. Also wir gehen jetzt natürlich von der Situation aus, dass ihr auch wirklich richtig verliebt, und eine Person geliebt habt. Und manchmal kann es ja auch sehr überraschend kommen, und ihr seid in dieser Position, den Daumen im Mund, und ihr erklärt halt. Und in dem Moment kommen noch weitere Entscheidungen, in diesem Moment ist so, es ist ja nicht nur so, dass der Partner dann Schluss macht, sondern in dem Moment kommt der neue Partner, natürlich nur in deinem Kopf, ist der neue Partner hier, oder ist der neue Mann, kommt plötzlich in den Raum rein, in Calvin Klein, Unterwäsche, Model, weil das ist ja das Mindeste, warum sie dich verlassen würde. Wahrscheinlich ist er Multimilliardär, das kommt auch noch hinzu, auch der Mindeste, warum sie dich verlassen hat. Es gibt keine anderen Gründe, also entweder es muss ein Calvin Klein, Unterwäschemodel, sein, der Milliardär, der modelt nur zum Spaß, YouTube, der modelt nur zum Spaß, ist einfach nur so, er möchte einfach nur sein gutes Aussehen, mit den anderen Teilen, wisst ihr? Er möchte einfach nur, er hat genug Kohle, reißen sie nur auf seiner Yacht und so weiter. Aber hin und wieder denkt er, ja, ich muss mich ein bisschen modeln. Und, ja, und für Männer natürlich ist noch, schleift er noch seinem Penis hinterher, wisst ihr? Denn, der nächste Typ hat wahrscheinlich, muss ihn sich um die Schulter werfen, weil er zu lange ist. Das sind alle, das sind diese Vorstellungen, okay? Wenn schon, dann gehen wir ins Extreme. Also, dieses Calvin Klein, Unterwäschemodel, was nebenbei, der Model, weil er multimilärär ist, und, äh, auch nur hin und wieder ein, äh, Ex-Porno-Darsteller, kommt in den Moment rein, in deinen Gedanken, und, ja, sie erzählt dir währenddessen, ja, es ist, blablabla, whatever, 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 whatever. und dagegen gibt es absolut keine, dagegen gibt es absolut keine Lösung, weil, dieses Schmerz bleibt immer stehen, äh, bestehen, also, ne, nicht bestehen für einen selber, sondern, auch, wenn du mehrere Beziehungen hinter dir hast, und so weiter, also, wenn du es das Pech hast, dass du immer verlassen wirst, hm, dann denkt man drüber nach, aber, ja, dagegen gibt es nichts, das einzige, worauf ich, ja, in dem Sinne hinaus möchte, ist, dass es, dass der, dass die Zeit danach, wesentlich, wesentlich verkürzt werden kann, wenn man, eben drüber nachdenkt, wenn man versucht, die rosa-rote Brille auch danach, ähm, absetzt, und das Ganze, versucht nüchterner zu betrachten, also, war dann nur durch ein bisschen Training, und, und, eben nicht daran denkt, dass, ja, das hat dann eben mit der Sexualität zu tun, genauso wie das mit, mit Eifersucht ist und so weiter, Eifersucht zerstört ja auch vieles, oder das im Kopf nicht aus, diese Bilder sehen, vom Calvin Klein-Moddle, ähm, dass dies, absolut kein Grund ist, sich noch mehr irgendwie zu verfangen, weil eben Sexualität, hey, nicht so intim ist, wie die, wie die Wunde am Hintern, im Endeffekt, das Problem ist, ich schweife immer, ich wechsle so schnell hin, bei den Podcast-Dings hin und her, komme von einem zum anderen, dann wieder zurück zu dem, aber ich hoffe, ihr wisst, worauf ich hinaus will, das, ähm, das ist auch nicht, das ist nicht der Sex ist zum Beispiel, über den euch Gedanken machen, solltet, oder müsst, wie gesagt, er ist intim, er ist super, und euer neuer Partner hat auch diesen intimen, nicht ganz so intimen, wie in der Wunde, Sex mit dem neuen Partner, aber das ist nicht das Entscheidende, das ist nicht das Entscheidende, entscheidend ist, wie hat euch die Person behandelt, hattet ihr eine gute Zeit, wenn ja, gut, die Liebe ist weg, auch wenn man eine gute Zeit miteinander verbracht hat, wenn solche Sachen passieren, das passiert einfach, und wir versuchen jetzt, diese Spanne zu verkürzen, diese Leidensspanne, die wir erleben, und sagen, okay, nun eigentlich bin ich dankbar, wir hatten eine gute Zeit, ich kann mir nichts vorwerfen, das ist das Wichtige auch, und das ist auch wichtig, natürlich, wenn ihr sagt, oh, hier habe ich mich aus Arsch verhalten, oder so, okay, aber, ihr könnt euch eigentlich nichts vorwerfen, in der Beziehung, also, ihr seid nicht fremdgegangen, vorausgesetzt, sie sagt, sie will nicht, dass ihr fremdgeht, also, ihr hattet eine offene Beziehung, das ist auch kein Vorwurf, kleine Geschenke, whatever, zum Partner gestanden, in schlechten Zeiten, und so weiter, okay, aber die Liebe ist halt jetzt von einer Person weg, was eben passiert, wo ist das Leben, ja, okay, dann bin ich dankbar für eine gute Zeit, hm, wir hatten eine gute Zeit, Mira, es wird noch guten Sex, okay, ich kann mir nichts vorwerfen, muss ich dann wohl so akzeptieren, weil dann geht das Leben schneller weiter, und ihr solltet dann froh sein, wenn die, wenn die Person, jemanden hat, mit dem sie jetzt wieder glücklich ist, so, schlimm das auch klingt, aber, denn, und ich glaube, ich bin mir nicht sicher, ich glaube, ich glaube, das hängt auch wieder mit diesem sexuellen Gedanken zusammen, ich glaube, das kann man einer Person leichter wünschen, wenn man das Sexuelle wieder wegdenkt, ansonsten denkt, oh Gott, das, oh, das, was sie bei mir getan hat, macht sie jetzt beim nächsten, bruh, ne, streicht den Sex aus diesen Gedanken raus, und dann, okay, denn Liebe ist mehr, und, okay, wenn, wenn, wenn der Partner jetzt glücklich ist, dem neuen, okay, meine Zeit ist um, aber auch ich bekomme wieder einen neuen Partner, und dann seid wieder gut zu dieser Person, dann, und euch mit Respekt, und euch mit Respekt, äh, habt wieder Sex, vielleicht geht's diesmal gut, vielleicht auch nicht, das weiß man nicht, auf jeden Fall ist das alles, nicht das, nicht das, äh, auch nicht das Wichtigste im Leben, wisst ihr, ja, um jetzt nicht nur auf das Sexuelle zu kommen, sondern die Liebe eben, deswegen habe ich am Anfang auch davon gesprochen, Liebe, kann alles sein, zur Natur, zur Eisenbahn, zu den Briefmarken, whatever, nicht nur zu einem Menschen, man kann viele Menschen lieben, da gibt's doch nicht, gab's doch nicht irgendwo dieses Beispiel mit, ich meine, du liebst ja auch deine Eltern, du liebst, du liebst ja nicht nur, in den normalen Fällen, wenn ich sage, hey, ja, ich liebe meine Mutter, aber, Jesus Christ, aber nicht so sehr, mein Vater, gut, das könnte natürlich jetzt hinhauen, wenn ein älter Teil ein Arschloch ist, der andere nicht, das könnte jetzt natürlich, aber ich rede hier von Beispielen, oder wenn ihr Kinder habt, wenn ihr jetzt zwei Kinder habt, gibt ihr ja beide Kinder, die sagen, das eine habe ich mehr geliebt, also vor allem als Mutter, du kannst fünf Kinder haben, du wirst alle gleich lieben, aber warum, also warum soll es nur diese Vorstellung geben, dass du eine Person, dann später im Alten, mit nur einer, diese eine Person lieben kannst, ergibt ja keinen Sinn, oder? also ich sage nicht, wir sollen alle einen Haaren gründen, aber, das meine ich ja nicht, das sind nur Beispiele, warum nicht eigentlich, so ganz mehrere Personen lieben, das glaube ich, das glaube ich, das glaube ich schon, und so sollte man das noch weiter angehen, ja, wenn du woanders aufgewachsen wärst, würdest du so oder so anders denken, das ist wieder nur eine Sache des Aufwachsens, wie zum Beispiel die, und das wollte ich im letzten Podcast mit dem Dude, nicht unbedingt erwähnen, aber, wo ich sagte, da gibt es noch andere Stämme, die komische Dinge machen, lieber nicht erwähnen, jetzt erwähne ich es, die Etoro, zum Beispiel, die sind in Neuguinea, es soll, die sind so, ein paar hundert oder so, Wikipedia, Jesus Christ, Etoro, ich hoffe, ich spreche das Wort richtig, okay, hier, okay, 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 Völker in dem Gebiet, hier, zum Beispiel, okay, wie auch andere Völker in dem Gebiet, glaubten Etoro, ich hoffe noch immer, dass ich es richtig ausspreche, Etoro, Eto, Etoro, Eto, O, 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 whatever, ist es wurscht, dass Sperma, die Quelle aller männlichen Stärke und Macht sei, also eine knappe Ressource, die nicht produziert, sondern nur von Männern an pubertierende Knaben weitergereicht werden können, daher geben Männer ungerne ihr Sperma an Frauen ab, außer zum Zweck der Fortpflanzung, und das nur an etwa 100 rituellen Tagen pro Jahr, aber in Etoro verlangt der rituelle Übergang vom Jungen zum Mann, dass die pubertierenden Jungen oralen Sex an älteren Männern ausführen und ihr Sperma schlucken, so sollen die Jungen die Fähigkeit erhalten, das erhalte eine Sperma ihrerseits an jüngere Knaben und an Frauen weiterzugeben, Männer und Frauen wurden zumeist getrennt voneinander, beide begegnen sich eher ablehnend, die brechen niedriger ist die Geburtenrate, da sie glauben, dass homosexuelle Sexualkontakte die Knaben stärken und die Fruchtbarkeit der Pflanzen mehren, unterliegt Sex zwischen Männern keinen Einschränkungen. Solche Vorstellungen finden sie auch bei anderen Völkern auf Neugünäer. Jesus Christ! Also, in unserer Gesellschaft natürlich absolut unvorstellbar. Und ja, wahrscheinlich kein Wunder, dass die Stamm, ich sage ich, Stamm, Sexuell ist, wenn das Knotierende schon quasi dazu gebracht wird. Aber holy shit! Also, wenn du, aber, kannst du es beeinflussen, wenn du jetzt dort aufgewachsen wirst? Hättest du auch eine andere Einstellung zu Frauen? Ich meine, gut, man wird halt schon nicht umerzogen am Anfang, aber als Beispiel, als Beispiel, wie andere Völker denken, aufwachsen, egal, wie so, Beziehungsdinge sind, wir hier oder denen meistlingen, du wächst auf, und du siehst im normalen Fall Papa und Mama. Okay, und wenn du groß bist, ich mache es noch halt mehrere Beziehungen durch, bis die eine da ist, oder bis es irgendwann zu spät ist, in deinem Alter unterwegs ist, oh shit, irgendwann bin ich alt, ich brauche eine Beziehung, ich brauche eine Frau, ich brauche einen Mann, und ich muss 1,2 Kinder in die Welt setzen. Ansonsten, ein bisschen gesellschaftlich, natürlich ein bisschen eine Außenseite, oder? Dass du jetzt Außenseiter bist, wenn du nicht in einer Beziehung bist, oder? Oder wenn du dir anhören musst, wie andere heiraten, aber vor allem, welches Verhältnis man zu seinen Eltern hat, und dann sage ich, aber warum hast du noch nicht Entziehungen, oder du hast Brüder, Schwestern, die heiraten vor dir? Und dann musst du hören, und wann ist bei dir so weit? Wann ist deine Heirat? Oh, schau, wie glücklich die sind. Oh, ich wünschte, ich würde von dir ein paar Enkelkänner bekommen. Warum ist die eigentlich noch immer alleine? Warum erziehe noch keinen Mann? Was stimmt mit ihr nicht? Etc, etc. Ich glaube schon, dass da ein bisschen ein Druck ist, oder? Ich meine, besonders bei Frauen, es natürlich ist, natürlich auch die biologische Uhr dabei, okay? Also, darf man nicht vergessen. Und wenn die, wenn die Freundinnen bei einer Frau heiraten, Jesus Christ, hast du schon gehört? Susi, heiratet. Und? Na, ich sag nur, wie du sagst nur, ich kenne die nicht, aber das ist irgendeine Arbeitskollegin. Das ist meine Freundin und die heiratet. Okay. Kann ich weiter hier den Film sehen, oder? Gut, wenn man so redet, dann sollte man sich vielleicht nicht wundern, wenn es ihn wird. Oh, shit, ich habe hier keinen Pausknopf. Warte kurz. fast schon wieder vom Stuhl geflogen. Okay, auf was wollte ich jetzt wieder hinaus? Naja, die biologische Uhr. Wie gesagt, ich sage nicht, dass die eine oder andere Form zu leben, die richtige ist. Jeder soll so machen, wie er glaubt. Das Einzige, worauf ich in diesem Podcast hinaus wollte, ist, dass wir nur diese Zeit nach der Trennung oder so sehr verkürzen können. und das wird lieber als mehr sehen, als nur den Zwang, diese eine Person zu haben, oder dass der Partner nicht quasi ein Besitzanspruch ist. Und dann ist es leichter. Das denke ich. Ja, Besitz. ein Partner ist kein Besitz. Und man kann den Partner, wenn keine Liebe mehr da ist, auch nicht zurückholen. Diese Energie sollte man dann besser woanders verwenden. In der Verkürzung der Trauer zum Beispiel. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Wahrscheinlich habe ich noch irgendwas vergessen zu erwähnen, was mir wichtig ist. Zum Abschluss noch einmal. Ich sage nicht, dass die eine oder andere Form die richtige ist. Ich sage nicht, dass man mehrere Frauen oder Männer gleichzeitig haben soll. Wenn jemand damit einverstanden ist, kann man es machen. Man soll alles miteinander bereden. In der Beziehung reden ist es A und O. Wenn man jetzt natürlich nur poppt die ganze Zeit, wird nichts geredet. also unanständige Sachen vielleicht. Aber ein Wert kommt dabei nicht raus. Und es gibt intimere Dinge. Und wenn man mal das abschalten kann oder beziehungsweise das etwas trennen kann und Liebe als mehr sieht, als Besitz, glaube ich, dass die Zeitspanne, wie gesagt, Hölle ist Hölle. Aber die Zeitspanne ist wesentlich kürzer. Dann kommt die nächste Person. Man kann mehrere Menschen lieben. Es ist nun mal so. Damit sage ich nicht, es ist voll, wie gesagt, ich sage, weil es ja immer die Hölle ist, sage ich nicht, es gibt immer mehr. Okay, tschüss. Das ist absolut nicht der Fall. Wenn du glücklich bist mit einer Person, dann verbringe die nächsten 100 Jahre mit ihr. Alles gut, ihr seid glücklich. Ich bin glücklich, du bist glücklich. Lass uns den Rest des Lebens zusammen verbringen, alles ist in Ordnung. Ich sage nur, wenn es dann nicht klappt. Okay, wir hatten eine gute Zeit. Ich wünsche dir alles Gute. Danke für die Zeit, danke, dass du dich quasi hingegeben hast. Danke, dass du auch meine Wunde am Hintern dir angesehen hast. Ich verstehe, da sind keine Gefühle mehr da. Ich danke dir für die Zeit. Lass mich jetzt mal kurz ein, zwei Tage ausheulen und dann geht das Leben weiter. redet miteinander in einer Beziehung mit irgendwas und Probleme zu lösen. Reden ist ein fucking Keyword, okay? Und dafür habt ihr euren Partner, um ihm zu sagen, sieh dir diese Wunde an meinem Hintern an. Oder, ja, ich bin nicht ganz zufrieden, wie das und das läuft. Wenn euch was stört, sagt es ihm. Oder ihr. Kompromisse. Das heißt alles nicht, dass diese Beziehung funktionieren wird. Aber, man hat es versucht. Und es geht um den Versuch, dass man alles richtig macht, dass man sich respektiert, dass man zueinander steht. In schweren Zeiten. Nicht nur, wo alles Halligalli ist, sondern auch dann, wenn es eben einem schlecht geht. Und dann wisst ihr, oh, okay, diese Person ist gut. Mhm. Die lohnt sich. Okay, du bist gekauft, dich behalte ich. Das sind so meine Gedanken dazu. Und Gott sei Dank habe ich die Bonobos wieder erwähnt. Die Bonobo, die Bonobo meine besten Freunde. Also, Zwergschimpanse heißen die. Okay, ich kann mich nicht. Also dann, danke fürs Zuhören. Mehr fällt mir im Moment nicht ein. Und Hauptsache, ich habe sechs im Titel. Das war der Podcast. Podcast für dieses Mal. Und ey, falls euch was einfällt, könnt ihr außer eurer Meinung dazu und Themenvorschläge machen. Vielleicht kennt ihr auch jemanden, der irgendwas ganz Besonderes im Weltall war, der im Weltall war oder so. Und ey, der würde gerne einen Podcast mit dir machen und darüber berichten. Und dann könnt ihr mir es auch gerne schreiben. Ich bin immer offen, um hier noch ein paar Leute reinzuziehen, ein paar interessante Gäste. Nicht jemanden, der einen Speedrun gemacht hat für ein Videogame und so weiter, aber ich meine irgendwas in der Welt erlebt hat, von dem er berichten kann oder möchte. Das würde mich auch sehr interessieren. Also, ich glaube, ich kann mich ja unter der E-Mail hier erreichen, der im Kanal ist, einquantumpro at gmail.com Betreff irgendwas mit Podcast zuerst, weil sonst geht das unter dem Spam. Ja, that's it. Und ich hoffe, es war verständlich, worauf ich hinaus wollte. und jetzt könnten wir alle zur Entspannung das tun, was wir gerne tun. Und damit meine ich nicht irgendwas Schmutziges, okay? Oder doch? Tschüss!